Autsch, was soll der Schraut? Wieso ist die Pforte verrammelt? Na da hängt's doch, Klosett geschlossen. Und wo kommt der Futtersmallow her? Der kommt volle Flinte von da drüben. Häntern wir die Hütte! Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Ja, aber hallo, Kollege. Wir nehmen zwei von euren besten Burgern. Mit extra Käse. Und eine Ladung Pommes. Und eine Ecke hurtig. Extrem Kohldampfen. Hey, Alter, zieh dir den Dreitag rein. Locker, Darten ist angesagt. Tuelle Spelunke. Das kannst du vergessen, klar? Naja, ich könnte da vielleicht. Zwei spezialknusprige Burger. Schon fertig. Ihre zwei Burger wünschen guten Appetit. Danke, Steifus. Das ging ja flotte Lotte. Hau rein, Keule. Hau selber. Ich kann höher. Hey, gibt's hier was für Lauglubsch auf Halbmast? Du linke Socke. Das war doch mein Schmacko-Burger. Rück das Teil sofort wieder raus, du. So, Freunde, jetzt reicht's mir aber. Mach, dass ihr hier rauskommt und euch hole die Polizei. Tun gut, ihr Verduften, Dickfresser. Die Burger-Bautze war ja Vollschotter. Was'n jetzt? Hört sich nicht rund an. Hast du Schluckkoma? Mir hängt eine fette Kuhsehne zwischen den Hauern. Ist es denn die Möglichkeit, stets zu diensten? Was schmirgelst du denn da rum? Ich krieg gleich ne Klatsche. Der Schotter will sich einfach nicht verzwärmen. Lass mal den Onkel ran. Ich seh'n, Ixe. Stell mal auf Durchzug. Herpes, da hockt ein Tier auf deinem Zapperlappen. Hau weg, die Asse. Schon am Start. Ist voll easy. Habt den Schmarotz, Nick. Oh, oh. Hast du abgefräst? Nicht so gänzlich. Hab leider nur die Kutte verzollt. Das Kutte-Kutte-Sein, das Wurzel-Wie-Das-Teil von der Lecke. Bleib cool, Keule. Ich werd dir die Giftsusche richtig wegzeckeln. Das ist ja die Kuppe. Was'n jetzt? Da läuft voll die Fete, Alter. Nur Eier getroffen. Fehlt nur noch gut Mucke. Ist nicht dein Ernst, oder? Voll das Sportgewächse. Total viele Schnullerzecken. Jetzt seh bloß nicht zocken, Ule. Krass. Was ist, Alter? Nixe, alles supi. Zeit für ein Extremer-Tränking. Haha, haha, haha! Nix zu machen, das ist großfrau, das Gewachse! Okay, das schreit nach heavieren Geschützen! Huxi, Huxi, lass mich nicht hören. Hallo, meine lieben Freunde, ich bin der Ronny. Freut mich, dich kennenzulernen, Ronny. Mein Name ist Mike mit AI. Und du, wie ist dein Name? Er sagt es uns durch die Blume, denn der Gute ist ein Florist. Na gut, dann robbe ich mir eben Welber ein. Ich will für euch. Danke sehr. So eine gute Massage bekommt man sonst nur in Florenz. Ich liebe den Blues. Hier kommt ein Fläschchen mit Abhilfe. Halt durch, gleich haben wir alles unter Kontrolle. Sodele Mädels, macht euch schon mal frisch für eine ultraverschürfte Schluckung. Nein, nicht die scharfe Soße. Alter, das ätzt die Rinde weg. Cool, mit der Tinte stellst du voll die Nebenhöhlen auf Durchlüftung. Oh oh, wird Zeit für ein Abrittkeule. Ja! Hier schon, Dina. Jetzt rufe ich aber wirklich die Polizei. Hau rein, das wird ja nur nichts für nützen. Oh, hier riecht's nach Steak. Ja, frisch von der Linde. Yum, yum. Aaaaaah! Was denn von Niso? Extrem Kitzling. Da sind sie! Kuss mich, Deltier. Nein, nicht sonst explodier ich. Starke Granate, Keule. Wir machen jetzt einen Abflug nach Hause. Na schön langsam, Kollege. Ich werde zu schnell seekrank. Soll ich euch mitnehmen? Mit Fremden haben wir nichts am Hut, schon gar nicht mit Männern. Jetzt hoppeln wir lockig-flockig homie, mein Freund. Hau rein, alter Keule-Pipel-Atze. Gib ihm Saures. J.E. J.E. J.E.